ich mache gleich einen kleinen gesundheit stream ich habe hier schon mir alles aufgeschrieben was ich machen will vielleicht fällt mir spontan auch noch mehr ein was ich mache ich bin noch am ausprobieren mit der technik ich bin ganz zuversichtlich was ich jetzt zum beispiel schon mal geschafft habe ich habe es geschafft hier meine kamera auf 60 frames pro sekunde zu schalten dass es auch wirklich funktioniert das woran es bei mir gescheitert ist dass wenn ich die kamera einmal starte und wieder ausmachen dass ich dann meinen usb 3.0 kabel trenne und wieder anschließe weil er nur einmal will verstehe ich nicht aber ich weiß jetzt worauf ich achte und hier unten steht 59,40 frames pro sekunde das zähle ich als 60 jetzt ein bisschen bewege dann müsste das flüssiger sein ich hoffe jetzt ist nicht das kleine piepen wieder angegangen weil mir ist gerade aufgefallen als ich diese kamera angeschlossen hatte dass dann plötzlich ein piepen anging falls das überhaupt nicht geht über die kamera habe ich noch ein kleines sehr schlichtes mikrofon mir gekauft dass ich auch noch mal ausprobieren will bin ich noch nicht zu bekommen jedenfalls will nur sagen das geht gleich los um 18 uhr und wenn was die technik angeht zuversichtlich